Musik Nachdem wir das Silberbergwerk Vyliczka besichtigt haben, lässt man uns in Katowice am Park Slaski herauf. Wir haben nun seit ca. 4 Stunden Zeit, uns die nicht so ganz interessante Stadt anzusehen. Ich fahre mit der Straßenbahn Munzen, die wahrscheinlich mit seinen 43 Stationen die längste Straßenbahn hier ist, bis zum Hauptbahnhof. Musik Bei dem Hauptbahnhof handelt es sich um eine Shopping Mall mit Bahnanschluss. Denn im Bahnhof handelt es sich um einen Zweckbau. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unsere Reiseleiterin meinte, dass auf der Strecke der 38 ein historisches oder älteres Fahrzeug fährt. Wir fahren die 45 Minuten dahin, um zu sehen, dass dort die modernste Straßenbahn fährt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Am Vermietungspark Legendia fuhr früher noch eine Schmalspurbahn, die hat man aber wahrscheinlich eingestellt. Ich freue mich jetzt aufs Bier im Hotel.